... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie sind ein Befehl, so wie das Leid zu... So weit ist das einfach gekommen! Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederdröstiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stattfeindlinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Glabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kult daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ich war nicht, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübtem deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhige dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, irren Sie sich bewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Dann sehen Sie, was sie wollen! Dann sieht man! Vielen Dank.